Hallo, ich heiße Bo Song Kim und gebe am 28. und 29. Januar in der Global Music Academy einen Workshop zu Jungo. Das ist eine koreanische Trommel. Und alle, die das Instrument noch gar nicht kennen, sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr dabei wärt. Zeiten immer von 14 bis 17 Uhr. Eine junge Dame, die jetzt bei mir im Studio ist, nämlich Bo Song Kim. Und hallo, guten Morgen erstmal. Hallo. Und du leitest den Workshop für koreanische Musik in der Global Music Academy, der am 28. und 29. Januar stattfindet. Und du hast auch dein Instrument mitgebracht. Chang'o nennt sich diese Trommel. Und ja, vielleicht kannst du die einfach mal ganz kurz anspielen, dass man so einen akustischen Eindruck erstmal bekommen muss. oder dass man so einen oder eigentlichen Trommel noch mehr zu sagen kann. Aber Wir finden den Song, der genau so einen Mikraial Add&N transphonnen. Und dann bist du in das Leben. Und dann bist du nur gleich gar nicht auf. Und dann bist du aber mehrью ganz gern ein wenig. Und dann bist du gerne ein businesses. Und jetzt bist du dannständig. Und dann bist du da wegen Ger Cheers. Du spielst die Trommel mit Sticks und zwar du hast unterschiedliche Sticks für die linke und die rechte Seite. Ja genau, also in der linken Hand habe ich einen mit einer Kugel dran und der Schläger besteht aus Bambus, also aus einer Bambuswurzel. Die spiel ich in der linken Hand und in der rechten Hand habe ich einen Stick aus Bambusholz, also aus dem Bambusstamm. Der aber ganz dünn ist. Ganz dünn und den halte ich in der rechten Hand. Das heißt, links spielt man eher die Basstöne und rechts dann die höheren. Genau, die feinen, dünnen Töne. Es kommen auch ganz viele, die zum Beispiel nie Musik gemacht haben und spielen das erste Mal Tango und sind danach so begeistert. Und ich habe oft gehört, die kamen dann und meinten, ja, ich habe nie gedacht, dass mir Musik so viel Spaß machen würde. Und ja, und hatte sie damit sozusagen überzeugen können. Und ihr habt auch Django Trommeln da, also die muss man nicht mitbringen. Ja genau, Django haben wir ganz viele in der Global Music Academy. Herzlichen Dank Bosung Kim und wer sich mit diesen Rhythmen etwas näher befassen möchte, also am 28. 29. Januar, Samstag, Sonntag, gibt es den Workshop zu koreanischen Rhythmen. Wir sind jeweils 14 bis 17 Uhr in der Global Music Academy und ja, man kann sich da melden unter info at global-music-academy.net. Schönen Dank Bosung, ich hoffe du kommst jetzt irgendwie heil von dem Tisch runter. Ja, danke für die Einladung. Ja, danke für die Einladung. Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, die Einladung.